Musik Unsere Partnerschule in Tansania heißt Mofindi Girls Secondary School. 2016 wurden in unserer Schule Spenden für Stühle in Tansania gesammelt. Diese Schulpartnerschaft besteht seit 2008. 2013 waren Frau Rux und Herr Mack das erste Mal in Tansania zu Besuch. Es fanden bis heute schon oft Austauschveranstaltungen statt. Unsere Partnerschule in Frankreich heißt Collège Saint-Jean-Busco. Sie ist eine Schule mit katholischer Ausrichtung. Sie ist außerdem größer als die freie Schule Anhalt. Das Collège Saint-Jean-Busco liegt in Clues in der Nähe von Mont Blanc, der mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen ist. Musik Das Gymnasium in Holeszow in Tschechien ist mit uns seit Frühling 2014 in Kontakt. Am Anfang des Schuljahres 2014-15 besuchte uns der tschechische Schulleiter mit seinen Kolleginnen und Kollegen, um den persönlichen Kontakt zu verbessern. Vor Weihnachten entstand das erste Projekt. Ein Malwettbewerb, wo Schülerinnen und Schüler beider Schulen teilnehmen konnten. Der erste richtige Kontakt unter Schülern fand in der gemeinsamen Skifreizeit in Österreich statt. Musik Das Voronäscher Gymnasium in Russland begann im Frühjahr 2017 den Kontakt mit der Freien Schule Anhalt zu führen. Gleichzeitig begann die Planung für eine Reise in die 1,2 Millionen Stadt, die südlich von Moskau liegt. Die Partnerschaft wurde bei der Reise im Oktober 2017 gefestigt und war der Anfang für weitere Austauschfahrten. Unsere Partnerschule in China ist das Chengde Petroleum Collège. Es gehört zu den ältesten Hochschulen Chinas. Es gibt sieben Abteile. Den Maschinenbau, die Automobiltechnik, Elektrotechnik und Elektronik, Computer und die Thermal, Chemie und Management Technik. Ihr Motto lautet Einheit, Fleiß, Strenge und Praktikabilität. Zu dieser Schule gab es bis jetzt noch keinen Schüleraustausch. Nur die Lehrer waren bis jetzt dort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017